Was zum Teufel willst du hier? Hab mich schon gefragt, wann du wohl auftauchst, sagte Käfferti schließlich. Nicht wegen Daryl Christie, ganz allgemein. Hab mir vorgestellt, wie du regelmäßig am Haus vorbeifährst und dir überlegst, wie du mich auf frischer Tat bei irgendwas erwischen und vor Gericht bringen kannst. Nur, dass ich kein Detective mehr bin. Als ob dich das davon abhalten würde.